Diesen genialen WhatsApp-Trick nutze ich täglich. Geh auf WhatsApp und tipp hier oben auf Neuen Chat erstellen. Such hier nach Du und tipp auf Dich selbst drauf. Jetzt siehst Du hier direkt Deinen eigenen Chat. Schreib erstmal irgendetwas Unnötiges. Tipp auf Kontaktinfo und dann auf Kontaktdetails. Jetzt gehst Du auf Bearbeiten, änderst Deinen Namen in zum Beispiel Wichtige Notizen und auf Sichern. Hier in Deinen Chats zwipst Du nach rechts und fixierst den Chat. Ab jetzt kannst Du wichtige Sachen immer hier eintragen, damit Du nichts vergisst. Voll Technik AB 4.